Mein Name ist Thomas Huber und ich bin Elektrotechniker mit Leib und Seele. Ich mache Licht da wo es sonst dunkel ist. Mit Licht zu arbeiten ist für mich immer wieder ein Highlight. Ich kann Licht richtig smart machen und ich kann aus einem Raum einen Ort machen in dem sich Menschen wohl fühlen. Als Elektrotechniker bin ich aber nur so gut wie mein Material und bei Leuchten habe ich einen ganz klaren Favoriten. Das ist Osram. Für mich das beste Profi-Portfolio im Bereich Allgemeinbeleuchtung. Licht kann ich. Mit Osram.